Das Party ist da. Das BK ist der Vollteam. Ja, wie hier. Willst du eine Runde mitgehen, Alter? Wir wollen gerade was ausprobieren. Ein paar Sekunden später. Spielst du auch mit allen? Okay, dann sind wir zu dritt. Habt ihr auch mit? Mhm. Wenn du jetzt mitspielst, bist du der Letzte. Nein, ich guck jetzt. Aber du hast es kurz überlegt, oder? Nein. Warum lückst du mich an? Ich hab genau gesehen, wie du weggeguckt hast. Ja, den machst du doch in einer Sekunde an, das ist doch ein O-PC, Alter. Weiß wie schnell der hochfährt? Du sprichst über das Cam-Mic oder täuscht das? Boah, es kann sein, Alter. Weiß nicht, ist das jetzt anders auf dem Stream, Freunde? Ja, okay. Also ich hab das ganze Zeit über das Cam-Micro geredet. Ich bin manchmal auch ein Idiot. Aber ich glaub, das macht mich auch ein bisschen sympathisch, halt. Komm zurück, Ulti. Was ist denn hier los, Alter? Ist das normal? Oh. 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 Oh, schön. Schön für die Eko, Alter. Das hab ich von Alex R gelernt. So, dass ich wenigstens ein Kill noch gemacht habe. Hoffentlich hat er das Open gerade gesehen, während er wieder nackt im Bett liegt. Du könntest das Ding jetzt ja drohen. Äh, Lamps mir einen Ulti-Schuss geben. Achso, du hast... Oh, Mama Mia, nein. Oh, nein. Oh. I... ...hate this game. Ah, Jamm. We make fun of the Ulti. Bracadon! Ulti, Matul? It's a Pokémon. Matul, Matul! You call's like Matul. You can just say Matul or Ulti. Are you okay? No. Gegen mich gehen möchte. Insane! Insane! Verteidiger gewinnen. GG Guys, nice to meet you. Auch knuffige Mates gewesen. Richtige Ulti Mates. Wäre das nice, wenn du die Kamera mal zu Ultimato schwingen würdest? Ne, der will das nicht... Denkst du, das würde mich irgendwo kehren? Wieso hat Ulti keinen Rang? Ja, Ulti spielt normalerweise nur Spike Rushes mit Females. 3, aber sie sind noch nicht durch. 2, 3. Last Con, 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 Con. Die gewinnen, Faust. Ja! Wo sind die alle? Wo ist Lenz? Wenn Lenz nicht da ist, hat er irgendeinen Lager... Ja, schreibt ihm mal bitte, ob wir irgendeinen Lagerplan haben bezüglich Frühstück. Aslan. Ja. Hat Lenz geantwortet? Ich war dann Hunger. Ja, er sagt... Wir haben... Macht in der Küche. Tilt. Alter. Ey, soll ich mal Cypher spielen? Ja gerne, du hast... Du würdest das übertrieben feiern, oder Ulti? Das wäre mein allererster Sci-Fi Jungs, okay? Okay, ich mach den. Are you ready? Oh, gekommen wie Gehle. Mann, Lissandro! Ich bin zählt! Er kann einer legen? Ja, er kann einer legen, ich halt. Los geht's! Auf mich dann immer fliegt. And the battle continues! Ja, die will festlegen. Danke sehr. Auf geht's mal. Gute eure Runde, let's go. Das kommen... Ah, das ist dein Gremi nochmal lang kurz und dann... Das kommen... Ey, ey! Ey, ey! Ich hab die vorwaffen, Jungs! Ey! 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 Ey, ey, ey! Seid ruhig, bitte! Also, wegs echt. Ja, genau! So, mal, Tomato, mal, Tomato! Hast du sogar verkehrt rum reingestellt, kann das sein? So auf ehrenlos, dass er nur Robo-Arsch zeigt. Aufpassen! Und dann rein da! Das lag rausgekehrt. Also, die Schock besser! Ah! Ey! Boah! Hast du ihn? Blockiere die Sicht! Nimm mich mal mit! Ulti, Heal! 2 auf B! Geht da! Schnell, A! Ey, Ulti, hörst du mich nicht? Ulti, ich brauche ein Heal! Was soll ich denn machen? Ich... Ich bin 7 Minuten hinter dir! Macht dir der Hero Spaß, Ulti? Ja. Okay. Warte, wenn's schlecht spürzt. Der Spike dort. Er ist, äh... V-Window. Boah, der Arme muss tilt sein. Ich bin echt gut an ihm vorbeigeflogen. Seit wann hab ich so ein Movement mit den C4s? Wundert sich, dass du außen bist. Eigentlich das nicht. Das hat mich jetzt echt nur die C4s gewundert. Ohne viel reden, direkt weiter? Ohne viel reden. Ohne viel reden. Am besten mit gar keinem. Oh, ja. Gut ständig 3. Alter, was ist das hier für ne Spree von mir? Komm mal ruhig rübergerollt, Ulti. Guck dir das ruhig auch mal an, wie das auch mal bei dir aussehen kann, wenn du noch ein bisschen übst. Wie gefallen mir diese 3 Metal MEPs? Oh, ja. So was das ist? Da wird's amazily rot, Alter. Ja, natürlich spielst du mit, Alter. Kannst du bitte einmal kurz im Stream zeigen, wie geil du aussiehst, Fatih? Zeig mal wie... wie on point deine Frisur ist, Alter. Junge, du bist ja... Alter, was ein Masterpiece. Du bist ja übertreiblich. Boah. Leg dich nicht mit dieser Bajana an. Wenn Fatih jetzt wieder im Mons Gesicht spielt, wird's übertrieben laut, Alter. Wird's sehr laut. Ja, ja, weil wenn die Modos wieder im Mons Gesicht spielen, es wird so laut im Raum. Walla, Bruder, nein! Ja, angeblich lag-date. Willst du Kinderbomb noch? Ich hab ein bisschen zu viel genascht. Nimm jetzt eine Kinderbomb, Mann. Sonst hau ich die weg, Alter. Und dann bin ich Tilt. So Tilt, dass er sogar tappt und sich einfach so irgendeinen billigen Streamer guckt. Was ist das denn für ein Vollidiot, den du da guckst? So ein dicker, bärtiger mit dicker Retro-Brille. So zwei oben dann. Boah. Du lässt's komplett free? Ja. Oh mein Gott, du wirst es... Naja, komm, dass du sowas dann dazukollst, das macht ja alles kaputt. Na, wir trotzdem Viper spielen. Hört will oder nicht. Ja. Ja.